Beim Fußballgeplauder zur Europameisterschaft der Westfälischen Nachrichten am Freitag im Druckhaus an der Hansa-Linie spielte auch der niederländische Kulttrainer Johan Kreufer und seine Trainingsmethoden eine Rolle. WN-Sportchef Alexander Heflick, Sportredakteur Wilfried Sprenger, der Trainer Peter Hüballer und Buchautor Dietrich Schulze-Marmeling lieferten sich über spannende 90 Minuten einen Schlagabtausch über die Chancen der deutschen Mannschaft beim kommenden Turnier, über die Stärken der verschiedenen Mannschaften und über den Fußball im Allgemeinen. Sportredakteur Wilfried Sprenger wird für die Westfälischen Nachrichten an der Europameisterschaft in Polen teilnehmen und berichten. Er erläuterte den Gästen den Alltag eines Berichterstatters bei so einem Turnier. Peter Hüballer zeigte sich fest überzeugt, dass die deutsche Mannschaft den Sieg nach Hause tragen wird. Diesem Tipp wollte sich Schulze-Marmeling nicht anschließen. Bei so einem Turnier sei alles anders, da müsse man nur an Griechenland denken.